Jungen Tag und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 aus dem Hause Dave Durant TV. Hier muss ich mich noch mal ein bisschen näher dran machen und ich habe mein Fenster noch auf, meine Balkontür. Die unendlichen Weiden des Weltraums. Schicke das Wort SPACE an die 7 2 9 9. Was, 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 was will es? Einwürdigem Urlaub für zwei im schicken Crystal Palace. 10 Casinos, 5 Pools, die beste Braindance-Ausstattung und die wirklich besten Köche des Universums. Apropos Braindance, habe ich glaube ich in der gestrigen Session auch schon gesagt. Braindance ist irgendwie so ein bisschen zu kurz gekommen im Spiel. Also wir hatten glaube ich irgendwie 3, 4, 5 maximal bisher. Da hätte es auch gerne noch mal mehr geben können. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Wir sind ja immer noch, ich muss leider ein klein wenig aufstoßen, weil ich erst kurz vor der Aufnahme gegessen habe. Senfeier übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Senfeier mit Kartoffeln. Voll lecker. Richtig, richtig lecker. Wir sind immer noch in der Mission mit Elizabeth Perales und ihrem Mann Jefferson. Das ist ja der Bürgermeisterkandidat. Und wir haben jetzt erfahren, dass die beiden wohl über längere Zeit in ihrem eigenen Penthouse in einem Geheimraum ausspioniert wurden. Und ihnen wohl auch irgendwie Implantate eingepflanzt wurden, die ihre Gedanken steuern oder sie mit falschen Erinnerungen eigentlich bestücken. Und ihre Zurechnungsfähigkeit somit ein bisschen einschränken. Bisschen ist gut. Bisschen sehr wahrscheinlich. Ja, was? Äh, Minimap. Look at that Minimap. What the fuck? Ähm. Was? Ne, doch. Nein. Nein, doch. Oh, achso. Immer wenn das so komisch gekruselt ist, dann ist das die Treppen hoch und runter. Deswegen sah das so aus. Und genau, sie anfangs ging halt voll hart um die BDs und dann kam irgendwie nix mehr. Finde ich auch, ne? Übrigens, das ist, wer das geschrieben hat, ist gerade die liebe X3JuleYT auf Twitch, ne? Folgt ihr fleißig und so? Äh, hat auch Cyberpunk schon durchgespielt. Ja, und wie gesagt, aber es ist interessant zu hören, dass ich nicht alleine mit der, mit dem Eindruck bin, den ich da gewonnen habe. Es war, am Anfang war irgendwie, boah, voll geiles Feature, BDs und sowas, ne? Diese Braindances, wo man quasi selber Detektiv spielen kann, was ich immer sehr gemocht habe. Das hat immer mega Bock gemacht. So was mag ich ja total auch. Und, ähm, genau wie, also ja, das ist Architektur übrigens. Ähm, aber das hat irgendwie, weiß ich nicht, jetzt, Füße. Wow. Das hat irgendwie, ähm, ein bisschen aufgehört dann regelmäßig zu passieren. Kann ich eigentlich auf ihn drauf? Pfff, boah, na? Dat ist ein großer Onkel. Scheiße. Ja, unterm Rock hat er auf jeden Fall schon mal nix. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor. Ich glaube, so müssen sich Leute fühlen, die Shadow of the Colossus spielen. Was ich auch selber noch nie gespielt habe, was ich immer schon interessant fand. Kommt man da irgendwie drauf auf den Typi? Auf die Arme da? Sag mal, gibt's hier irgendwo von da? Nee. Hm. Nicht wirklich, ne? Wir haben ihn schon mal ganz, ganz früher gesehen in der Aufnahme. Spielt Alex das nicht aktuell? Das spielt Alex aktuell, der Let's Play das, genau. Alex Flattermann, 85, Let's Play Shadow of the Colossus. Und, ähm, Er hat mir da auch schon von vor geschwärmt. Ich werde das wahrscheinlich irgendwann auch mal Let's Playen. Das gab es jetzt ja auch als PS4 Remake, soweit ich weiß. Das ist ja ursprünglich auch, glaube ich, ein PS3 Spiel. Oder PS2 sogar. Ich weiß gar nicht, gar auswendig. Meine PS3 wäre es. Ähm. Guck mal. Was ist denn hier? Ja, jedenfalls. Wir wollen jetzt zurück zu Jefferson Airplane. Nein, äh, Jefferson Peralev. Und, äh, dazu müssen wir wieder zum Penthouse. Wobei wir ihm nicht sagen sollen, dass sie was weiß, sondern irgendwie, dass seine Sicherheitsfirma schuld ist, wenn ich das richtig im Kopf habe von gestern noch. Ich bin so voll gerade. Ich habe echt, das war, pfuh, war eine gewisse Portion, die ich da hatte. Pfff. Voll lecker, aber auch voll voll. Wo ist denn jetzt mein Auto? War das nicht gerade hier irgendwo? Wo ist mein Auto? Ist es hier unten oder was? Ist das doof? Ich will mein Auto haben. PS2 war es sogar, okay. Krass. Hat es sowas auch gespielt? Dennis hat auch, äh, Dennis hat noch nicht, also Dennis ist Tsutsui für die Leute, die sich fragen, wer ist denn Dennis? Ähm, der hat aber Cyberpunk, glaube ich, noch nicht gespielt, ne, oder? Weiß nicht, ob das überhaupt was so für ihn ist. Ich freue mich schon, wenn er irgendwann mal bei GTA Vice City an der Reihe ist. Hat er noch nicht angewöhnt. Ah, alles klar. Ja gut, er hat jetzt ja auch eher sowieso erstmal noch fünf Jahre mit Tomb Raider 3 zu tun. Ach ja. Es ist ja auch so ein bisschen, macht ja Spaß ihm irgendwie dabei zuzusehen, wie er sich da durch das Spiel kämpft, aber manchmal ist es halt auch echt, ach ja. Aber mir wird es nicht anders gehen. Also ich meine, ich, ich, Tomb Raider 3 ist von den alten Tomb Raider Teilen für mich persönlich der zerfahrenste von der Levelstruktur her teilweise. trotzdem auch gut, aber halt irgendwie im Vergleich dann doch sehr zerfahren. Und deswegen kann ich ihn, ihn da gut verstehen, als jemand, der das noch nie gespielt hat, für die Playstation 1 wohlgemerkt, als Let's Play aktuell, dass er da, ja, hier und da ein paar Problemchen hat mit Lara. Und das kann ich ihm nicht verübeln. Ganz und gar nicht. Ach ja. Das sind Speicherkristallen, ne? Das ist, bin ich froh, dass wir das auf der PC-Version nicht gemacht haben. Deswegen, ich spiele auf jeden Fall dann Let's Play die PC-Version, wenn das an der Reihe ist. Drücke mich da auch so ein bisschen vor, muss ich gestehen, aber, ja. Irgendwann wird es sicherlich kommen. Ach, fuck, wo fahre ich denn hin? Wow. Das wollte ich doch gar nicht. Es spielt keine Rolle, was du ihm sagst. Oder was du tust, oder tun willst. Du kannst nichts ändern. Was? Wir wissen, wer du bist. Wir wissen, was du bist. Wir wissen, was du suchst. Du spielst mit dem Feuer. Verbrenn dich bloß nicht. Fuck. Ähm. Okay. Warte, da ist gerade ein total kaputtes Auto rumgefahren. Echt? Okay. Hab ich gar nicht gesehen. Oder meinst du meins? Weil ich überall immer gegenfahre. Ja. Hallo, V. Hi. Jeff. Wir müssen reden. Ja, ich weiß. Elisabeth hat es mir erzählt. War wohl eine gute Entscheidung, dich anzuhören. Ach so, mit der Sicherheitsfirma, dass sie es war. Was genau hat sie dir denn gesagt? Oder? Na ja, nur dass SSI uns für diesen Schweinehund Holt ausspioniert hat. Aber du hast noch mehr, oder? Ah, soll ich ihm die Wahrheit sagen? Oder soll ich ihr Spiel mitspielen? Ich weiß es nicht. Ach so, fuck. Ja, es ist alles in Ordnung. Oh, scheiße. Du bist ein ehrlicher Politiker. Kommt dir das nicht komisch vor? Ja. 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 Wie viele Politiker gibt es denn, die nicht irgendwelche krummen Geschäfte mit Gangs oder Konzernen machen? Jede Menge, würde ich sagen. Man kennt sie nur noch nicht. Man könnte meinen, diese Stadt hat jemanden wie dich nicht verdient. Ich bezahle dich nicht fürs Orakeln. Was willst du mir sagen? SSI handelt für eine unbekannte Organisation, die euer Leben kontrollieren möchte. Glaubt er mir nicht, oder was? Weißt du von dem Geheimraum in eurem Apartment? Sag mir alles. Tu ich doch gerade. Wir warten darin, Tech. Das glaubst du nicht. Diese Leute wissen alles über dich und deine Frau. Sie beobachten jeden Schritt. Jemand programmiert dich und deine Frau. Das ist ja wie in einem Holoflick. Ich habe eure Gehirnscats gesehen. Sie verändern eure neuralen Verbindungen. Das ist kein Film, Jeff. Sie machen das schon seit einer Weile. Sie ändern eure Erinnerungen, eure Wünsche und Überzeugungen. Unmöglich. Wie konnte ich das nicht bemerken? Selbst deinen Erinnerungen kannst du nicht mehr trauen. Das frage ich mich auch. Wie sind die Implantate in die beiden reingekommen? Oder wie wurden die implantiert, ohne es zu merken? Also es muss ja irgendwie im Schlaf passiert sein oder so. Keine Ahnung, wie das technisch da von Schatten ging. Das stimmt. Wie kann ich dann überhaupt noch wissen, was echt ist? Oh, gar nicht, ne? Und was nicht? Warte. Der Einbrecher. Ich muss ihn finden. Keine Ahnung, wie du das anstellen willst. Erst finde ich ihn und dann die, die hinter all dem stecken. Ich zeige diesen Hurensöhnen, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Meinst du das ernst? Wie willst du das machen? Wie willst du gegen jemanden gewinnen, der deine Gedanken lesen kann? Der dir deine Gedanken vorgibt? Es muss einen Weg geben. Sorry, aber er überlebt ein Eiswürfel im Hochofen. Mein Gott, ich muss es Liz sagen. Das weiß sie schon. Kann ich sonst noch irgendwie helfen? Du hast genug für uns getan, wie? Jetzt müssen wir abwarten. Deine Frau weiß alles. Liz? Aber sie hat es rausgefunden. Elizabeth? Nein. Sie hätte doch etwas gesagt. Nein. Sie... Sie hatte Angst um dein Leben. Und das eurer Tochter. Verständlich. Nein. Sie hat noch nie etwas von mir verborgen. Und sie lässt sich keine Angst machen. Ein anonymer Anrufer hat sie bedroht. Und sie hat getan, was man von einer First Lady erwarten würde. Sie hat die Familie beschützt. Diese Schweine, dafür werden sie büßen. Haben wir eigentlich schon mal mit dem amtierenden Bürgermeister irgendwie zu tun gehabt oder so? Ich glaube nicht, ne? Von Night City. Was jetzt? Kandidierst du immer noch? Oder gibt es gerade keinen, weil der ermordet wurde? So leicht gibt sich Jefferson Pedales nicht geschlagen. Ich achte auf meine Gelegenheit und dann schlage ich zu. Ist es nicht das, was sie wollen? Ich gebe ihnen mehr, als sie wollen. Das gilt auch für deine Belohnung. Pass auf dich auf, wie. Viel Glück. Okay. Und schlaf gut. Und? Was sagst du? Ich bezweifle, dass Menschen hinter all dem stecken. Also Aliens? Sehr witzig. Because Aliens. Du bist zu jung, aber früher hat man von freien KIs gesprochen, die im Cyberspace hausen. Also, keine Aliens? Völlig egal was. Fakt ist, dass Jefferson bereit ist, es mit ihnen aufzunehmen. Guter Typ. Ich finde, man merkt halt auch irgendwie, also jetzt gerade auch, wenn man so weit im Spiel vorangeschritten ist, es hieß ja, und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, dass Benjamin Fölz, der Sprecher von Keanu Reeves, die standarddeutsche Synchronstimme, die auch hier, Keanu Reeves natürlich spricht den Charakter, dass er die zweitmeisten Zeilen zu sprechen hatte von allen Synchronsprechern in der deutschen Fassung. Und das merkt man. Und das unterstreicht einfach nochmal mehr, was ich auch schon mal gesagt habe, ist, dass es einfach, es ist einfach cool, dass die Keanu Reeves nicht nur dafür gewinnen konnten, das natürlich sowieso an sich, sondern auch, dass es halt nicht irgendwie so eine, ja, er hat so einen Cameo-Auftritt, ist so eine Nebenrolle, ne? Er hat eigentlich nicht viel Relevanz vom Spielgeschehen her. Ja, das ist genau nicht der Fall. Also, ich finde es cool, dass er halt dann doch so eine wichtige Person irgendwie ist. Wow. Eine wichtige, äh... Heilige Maria, Mutter Gottes! Äh, ne? Achso, jetzt soll ich mich mit Hanako treffen. Äh... Piskus! Pisces natürlich. Will ich Nachmittag zum Mega-Gebäude H8? Machen wir. Haben wir Nachmittag? Boah, nee, nicht wirklich. Können wir ja trotzdem dann vorspulen lassen. Ich hab das, glaub ich, erst ein, zweimal gemacht, dass ich so eine Cari geklaut hab. Deswegen... Ich hatte grad einfach das Bedürfnis, als ich die sah. Hieh, cool aus. Pong... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Langsam kennt man auch so einige Lieder. Tobi! Schönen guten Abend! Rip Festival 2021. ist ja doch nichts Neues. Also das, ganz ehrlich, das war mir auch letztes Jahr schon klar, mehr oder weniger, dass das dieses Jahr höchstwahrscheinlich nichts wird. Also das war jetzt für mich jetzt nichts Überraschendes, ehrlich gesagt. Trotzdem RIP, ja. Ist aber die einzig vernünftige Sache. Aber klar, ich meine, es ist natürlich extrem scheiße. Ich sehe das auch so extrem schade, aber es gibt halt keine sinnvolle Alternative. Ich wäre auch dieses Jahr gern zur Rock am Ring gefahren. Ich muss meine Karte jetzt auch noch umschreiben auf nächstes Jahr. Meine 2020-Karte schreibe ich dann auf 2022 um. Also ich schreibe sie quasi schon zum zweiten Mal um dann, weil das Jahr 2021 auch, weil da nichts möglich ist. Rock am Ring und Deichbrand. Ah, okay. Deichbrand war ich noch nicht. Es ist halt auch, wir haben auch echt eigentlich, also gar nicht mal wenige Festivals in Deutschland, muss man sagen. Also ich glaube, wenn man das mit ein paar anderen Ländern vergleicht, da können wir uns ganz glücklich schätzen. Also nicht nur für Rock und Metal, sondern auch für viele andere Bereiche, ne? Parukaville und was da nicht alles gibt, ist nicht so meins, aber ich finde es cool, dass es die Festivals gibt. Also von daher meine Unterstützung haben sie in ihrer Daseinsberechtigung. Lohnt sich aber. Ja, kommt halt aufs Line-Up an, ne? Das ist halt immer da steht und fällt es halt bei Festivals mit, finde ich. Aber an sich, wie gesagt, generell gesprochen, finde ich Musik-Festivals extrem geil und extrem wichtig auch. Ja, du bist ja richtig unter die Marathon-Läufer gegangen mittlerweile, ne, Jule? Finde ich echt krass, also auch mega Respekt dafür, dass du dich da reingefuchst hast. Ich glaube, das ist ja nicht einfach. Richtig cool. Also, ich mache ja so meine Power-Spaziergänge, so ab und zu mal nach Feierabend oder was. Aber ist jetzt halt nicht, natürlich nicht vergleichbar mit Joggen oder irgendwie sowas oder Marathon sogar. da brauchst du ja echt schon krasse Konditionen. Schätze ich mal. Ich habe ja noch nie einen mitgemacht. Trifft dich mit Judy und den Puppen. Ach, die Geschichte war das. Pisces ist übrigens ein Sternzeichen und zwar ist das, glaube ich, das Sternzeichen des Fisches. Bei Pisces, glaube ich, Fisch ist. Wenn mich jetzt nicht, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Pisces? Ach, hier. Ach, die Geschichte war das. Ja, mit Maiko macht das Würstchen. Genau. Mit Maiko. Bist du nervös, Tom? Woher weißt du das? Na ja, du machst sowas zum ersten Mal. Siehst du, du machst, was eine Puppe tut. Nur mit einem anderen Programm. Das kannst du gut. Das kannst du gut.